Was passiert dann nächste Woche? Gibt es einen neuen massiven Wärme- oder gar Hitzeschub hier aus Nordafrika über Spanien, Frankreich bis zu uns nach Deutschland? Das könnte eine Omega-Wetterlage werden. Ja, das sieht so ein bisschen aus wie ein Omega hier und diese Hitze würde sich genau hier reinschieben zu uns nach Deutschland. Das ist zumindest die Prognose vom europäischen Wettermodell. Und wir machen in diesem Wettervideo mal einen Modellvergleich. Was sagen die anderen Wettermodelle? Sehen die auch diese große Wärme nächste Woche? Oder ist das vielleicht nur ein Ausreißer? Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Mittwoch hier bei wetter.net. Aber so oder so bis zum Sonntag bleibt jedenfalls der Maisommer erstmal in den meisten Landesteilen erhalten und ergiebiger Landregen bleibt weiterhin außen vor. Ja und deswegen haben wir auch heute am Mittwoch, dem 11. Mai eine sehr hohe Waldbrandgefahr. Besonders hier im Osten des Landes die höchste Warnstufe 5 ist erreicht. Aber auch Richtung Rhein-Main-Gebiet haben wir teilweise die Warnstufe 4 bis 5 erreicht. Also eine sehr, sehr hohe Waldbrandgefahr. Kein Wunder, es gab und gibt kaum Regen. Denn gestern auf heute gab es ja am Norden mal etwas Niederschlag hier und da. Wurde ja in den Kommentaren hier im Video diskutiert. Es sei viel runtergekommen. Ich habe mal alles zusammengestellt, was da runtergekommen ist. Und zwar von gestern Morgen 8 Uhr bis heute Morgen 8 Uhr. Spitzenreiter war Oldenburg mit 8 Liter Regen pro Quadratmeter. Nach drei bis vier Wochen Trockenheit war das verschwindend gering. Und ich wage mal zu sagen, das meiste davon ist schon verschwunden, direkt von den Pflanzen aufgenommen worden. In Wacken 7 Liter, Hittensee 6 Liter, Rehensburg 5 Liter, Hamburg 4 Liter, Quickborn 3 Liter, Schwerin und Bremerhaven. Gerade mal ein Liter Regen pro Quadratmeter verschwindend gering. Ihr könnt ja gerne mal eure Regensummen als Kommentar hier unter diesem Wettervideo hinterlassen. Ich freue mich. Wir schauen mal auf die Bilanz. Bisher im Mai 2022, nach den ersten zehn Tagen, hat der Moor eine mittlere Temperatur von 12,7 Grad. Ist damit zwei Grad wärmer als das Klimamittel. Beim Niederschlagsseule sind bisher 9 Prozent erfüllt worden. Beim Sonnenschein schon so 39 Prozent. Also es gab 79 Sonnenstunden, ein sehr sonniger und bisher sehr warmer und trockener Monat. Ja und warm könnte es auch weitergehen. Noah hat schon wieder nach oben korrigiert seine Monatsprognose. Mittlerweile fast ganz Deutschland ein bis zwei Grad zu warm im Monat Mai. Nur hier im Norden und im Osten 0,5 bis ein Grad zu warm. Aber ich wage mal die Prognose, diese Abweichung 1 bis 2 Grad wird auch noch in den Osten und Norden ausgedehnt werden. Wir werden es in den nächsten Tagen natürlich genau beobachten. Und die Niederschlagsabweichungen werden auch immer größer berechnet im Mai. Zum Teil extrem zu trocken in der Mitte und im Süden des Landes. Aber auch weiter Richtung Frankreich. Benelux deutlich zu wenig Niederschlag. Ja und der Regen macht eben auch weiterhin einen Bogen um uns. Wir sehen hier Hochdruck ist dominierend und die Tiefschirm Atlantik, die kommen einfach nicht so wirklich zu uns voran und können deswegen auch heute keinen Landregen bringen. Ganz im Gegenteil, heute kommt hier aus Südwesteuropa sehr warme Luft zu uns nach Deutschland geströmt. Deswegen teilweise bis zu 30 Grad heute Nachmittag Richtung Oberrhein. Und dieses Hochdruckwetter bleibt mehr oder weniger die nächsten Tage stabil und erhalten. Und wir sehen, es gibt einen Mix aus Sonne und Wolken in den kommenden Tagen. Vielleicht ab und zu mal morgen hier im Südwesten ein kurzes Gewitter oder ein Regenschauer. Auch im Norden ist was möglich. Aber Landregen bleibt weiterhin außen vor. Der Blick auf die Wetterkarte von heute Nachmittag. Im Norden noch ein paar dichtere Wolkenfelder. Hier und da fällt aus den Wolken noch ein klein wenig Regen. Die Temperaturen 18 bis 21 Grad ganz im Norden, sonst sehr warm 25 bis knapp 30 Grad. Die 30 Grad gibt es hier am Rhein und teilweise auch an seinen Nebenflüssen. Das wäre also heute am 11. Mai der erste Hitzetag des Jahres 2022. Wie geht es danach weiter? Wir schauen auf den Donnerstag. Wie gesagt, Blitz und Donner im Südwesten und Süden des Landes. Zum Teil auch mit Starkregen, Kleinkönigem Hagel. Da kann es auch mal für ein ganz kleines Unwetter reichen. Temperaturen 19 bis 26 Grad. Auch der Freitag warm 18 bis 25 Grad. Viel Sonnenschein. Im Norden ein paar Wolken und auch im Südwesten später einzelne Schauer und Gewitter. Und zum Wochenende wird es freundlich. Bestes Bade- und Grillwetter am Samstag. 20 bis 26 Grad. 12 bis 15 Sonnenstunden. Und wir schauen auf den Sonntag. Auch der beste Ausflugswetter bei Temperaturen um die 22 bis 27 Grad. Und wie geht es nächste Woche weiter? Nun, der Mai-Sommer bleibt wohl erhalten. 22 bis 28 Grad am Montag. Überwiegend trocken. Aber es ziehen ab und zu ein paar Wolkenfelder vorüber. Und am Dienstag auch viel Sonnenschein. Später hier im Südwesten erste Schauer und Gewitter. Zum Teil auch schwül. Temperaturen 23 bis 30 Grad. Am wärmsten wird es hier im Westen des Landes werden. Und was passiert danach? Ich hatte ja gesagt, die Europäer rechnen mit viel Wärme. Und das wäre die Prognose vom europäischen Wetterdienst. Mittwoch 20 bis 28 Grad. Überwiegend freundlich und trocken. Zum Donnerstag 23 bis 32 Grad. Und der Freitag vielleicht noch ein bisschen wärmer. Nach der aktuellen Prognose bis zu 33 Grad. Die meiste Wärme und Hitze würde es hier im Westen geben. Weiter nach Osten. Da bliebe es dann meist bei 23 bis 27 Grad. Und ab und zu, man sieht es hier, sind immer wieder mal einzelne Schauer und Gewitter mit dabei. Viel Regen kommt nicht runter. Bis zum Montag hier mal. Die Regensummen für ganz Deutschland. Und wir sehen, nur im Norden fällt noch ein bisschen was runter. Teilweise im Osten. Das sind mal kurze Schauer, die fallen können. Auch hier im Südwesten und Süden einzelne Regenfälle bringen hier etwas Regen. Teilweise mal viel, wenn mal so ein Starkregen runterkommt. Aber das Ganze ist eben nur eng begrenzt. Und mittendrin eine große Fläche. Da fällt im Grunde bis Montag überhaupt nichts vom Himmel. Und jetzt der kurze Modellvergleich. Nächste Woche Mittwoch. Die Europäer, die mögen es warm. Das sind die Luftmassentemperaturen in 1500 Metern Höhe. Hier teilweise um die 10 Grad entlang dieser Linie. Aber weiter nach Westen und Südwesten. 14 bis 15 Grad. Und das reicht aus, um unten am Erdboden bis zu 30, 31 Grad zu bringen. Etwas kühler bliebe es hier am Mittwoch noch im Nordosten des Landes. Zum Vergleich der Blick zum amerikanischen Wettermodell. Und wir sehen, da gibt es keine 10 Grad, auch keine 15 Grad. Da liegen wir maximal so um die 5, 6 oder auch mal 7 Grad. Noch ein bisschen kühler hier im Nordwesten. Also die Amerikaner sehen das anders. Sie sehen diese Wärmezungen nicht von Spanien zu uns kommen. Und zum Vergleich noch der Blick auf das kanadische Wettermodell. Auch das geht noch bis nächste Woche Mittwoch in der Prognose. Und das sieht es relativ ähnlich wie auch das europäische Wettermodell. Temperaturen 10 bis teilweise 15 Grad hier in 1500 Metern Höhe. Und das würde uns hier im Westen und Südwesten knapp 30 Grad bringen. Übrigens, wir blicken mal Richtung Frankreich. 17, 18 Grad teilweise in 1500 Metern Höhe. Das könnte dort 33 bis 35 Grad bringen. Und zur Erinnerung, wir sind gerade mal erst dann am 18. Mai. Und auch das deutsche Wettermodell sieht die Wärme relativ ähnlich wie die Europäer und wie die Kanadier. Also das amerikanische Wettermodell ist momentan nur eine Außenseiterlösung. Wie könnte es danach weitergehen? Wir schauen auf die Ensemble-Vorsage für Norddeutschland bis zum 27. Mai. Wir befinden uns aktuell in diesem Wärmeberg hier. Das ist das Klimamittel. Das ist die aktuelle Temperatur, der Durchschnitt. Und danach geht es ein bisschen unter das Klimamittel. Aber dann gibt es wieder einen Wärmeberg. Und da aber auch noch mit größeren Unsicherheiten. Viele Läufe Richtung 15 Grad Marke. Einer Richtung 20 Grad Marke. Und einer ganz verirrt bei minus 1 bis minus 2 Grad. Und auch im Norden gilt bis zum 21. Mai ist erst mal relativ wenig Niederschlag in Sicht. Und wir blicken hier im Osten mal auf die Regensummen-Prognose. Ja und der Hauptlauf heute Morgen bei den Amerikanern und gestern Abend der 18er Lauf hat mal wieder bei den Amis sehr viel Regen gezeigt. Da hat man schon gedacht, oh die große Trockenheit ist beendet. Aber wir müssen natürlich wieder auf die Ensemble-Prognose schauen und sehen direkt, der Hauptlauf, die schwarze Linie, ist der Ausreißer. Bis zu 65 Liter Regen pro Quadratmeter bis zum 27. Mai. Aber wir sehen hier, das Mittel aus allen Berechnungen ist gerade mal bei 25 Liter weniger als die Hälfte wird da berechnet. Und wir sehen noch Ausreißer nach unten. Einer gerade mal bei 5 Liter Regen pro Quadratmeter. Also der Hauptlauf ist mal wieder nicht für bare Münze zu nehmen, ein eindeutiger Ausreißer. Wir schauen nach Süddeutschland auch hier auf die Regensummen. Hier die gleiche Wetterentwicklung, auch der Hauptlauf wieder ein einsamer Ausreißer. Also nicht darauf hören, wenn da erzählt wird, es würde sehr viel Regen anstehen. Laut dem Hauptlauf zwar ja, aber das Mittel liegt deutlich weiter unten um die 30 bis 32 Liter Regen pro Quadratmeter. Und wir müssen auch feststellen, der Regen fällt, wenn überhaupt, erst ab dem 19. 20. Mai in nennenswerter Form. Und bis dahin vergeht noch viel Zeit. Mal sehen, ob das Ganze nicht wieder nach hinten weggeschoben wird. Und wir blicken nach Westdeutschland. Hier auf die Temperaturen in zwei Metern Messhöhe um die 25 Grad. Aktuell ein klein wenig kühler in den Folgetagen. Dann wieder wärmer bis zu 25 Grad. Erste Ausreißer Richtung 30 Grad. Und da stellen wir fest, gibt es ab und zu Niederschlagssignale. Das sind aber meist nur Schauer und Gewitter. Wieder nur regional eng begrenzt. Zum Schluss noch ein Blick auf die Landesmitte. Und auch da sehen wir, es geht erstmal raus aus diesem Wärmeberg runter auf den Durchschnittswert. Und dann kommt wieder ein kleiner Wärmeberg mit großen Differenzen. Einzelne Prognosen über 15 Grad in 1500 Metern Höhe. Einzelne Prognosen Richtung minus 5 Grad. Aber wir sehen auch, hier bleibt es trocken bis zum 19. Mai. Erst dann gibt es die ersten Niederschlagssignale. Fassen wir also mal zusammen. Der Maisommer ist da. Erreicht heute seinen ersten Höhepunkt mit 30 Grad im Südwesten des Landes. Dann bleibt es relativ warm bis zum Sonntag. Nächste Woche dann Spannung. Die Europäer, der deutsche Wetterdienst und auch der kanadische berechnen dann einen neuen Wärmeschub, vielleicht sogar Hitzeschub für Deutschland mit tageswerten im Westen von über 30 Grad. Die Amerikaner wollen davon noch nichts wissen. Es bleibt also weiter sehr spannend. Ja und was eben relativ wenig in Sicht ist, ist eben der Landregen. Und der bleibt wahrscheinlich auch weiterhin erstmal aus. Das war es vom Wetter hier bei Wetter.net. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wir freuen uns natürlich auch über ein Abo auf unseren Wetterkanal Wetter.net auf YouTube. Tschüss und noch einen schönen Tag.